Wir sind eine Einrichtung für die Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit im Auftrag des Bundesministeriums für die Zusammenarbeit und Entwicklung. Wir sind ein Bundesunternehmen und wir arbeiten in Deutschland in verschiedensten Feldern dieses Themas. Mein Team, das Projekt 17 Ziele, der homepage17ziele.de, wo man vorbeigeht. Wir sind alle Staaten der Erde, 1993, eine Ausnahme, wo im Prinzip alle Fragen der Nachhaltigkeit und alle wesentlichen Zukunftsfragen thematisiert sind. Und im Gegensatz zu der recht allgemeinen Nachhaltigkeitsdebatte auch ganz konkret Vorschläge und Ansätze zu finden sind, wie es gelingen kann, die ganzen Fragen zu lösen.